Moin, ich bin Kai und ich zeige dir heute, wie man in Lightroom ganz automatisch Bilder importieren kann, ohne dass du irgendwas dafür tun musst. Die Einstellungen, die ihr vornehmen müsst dafür, sind ganz einfach. Ihr geht einfach hier oben einmal ins Menü, klickt auf Datei und dann gibt es hier den Punkt Automatisch importieren. Und ihr seht schon, bei mir ist der Haken hier gesetzt bei Automatisch Import aktivieren, aber wir gucken uns jetzt einmal die Einstellungen dafür an. Als erstes haben wir oben den Haken, den habt ihr auch gerade im Menü schon gesehen, den kann man da aus- und einschalten. Dann gibt es den Ordner, der überwacht wird von Lightroom, das heißt, ihr sucht einen Ordner auf eurem Rechner aus, wo Lightroom dann immer guckt. Und sobald der Katalog geöffnet ist, der Lightroom-Katalog oder Lightroom, die App, dann guckt die App danach, ob neue Bilder dazugekommen sind und wenn ja, dann fügt es die hinzu. Dann braucht ihr noch einen Ordner, wo die Bilder hinverschoben werden sollen. Das heißt, sie können nicht im gleichen Ordner bleiben, es sei denn, ihr legt hier den gleichen Ordner fest. Dann braucht ihr aber einen Unterordner, wo die dann hinverschoben werden können. Ich habe hier, wie gesagt, den gleichen Ordner genommen wie hier oben und dann den Ordner importiert hinzugefügt. Wichtig ist, dass wenn ihr den Ordner hier auswählt, dass der leer ist, das darf kein Ordner, wo schon Bilder drin sind. Warum auch immer, Lightroom das macht oder Adobe das festlegt, auf jeden Fall ist das jetzt einfach so. Ihr müsst das hier auswählen. Es muss auch alles angegeben sein, also ihr müsst hier einen Ordner ausgewählt haben, hier einen ausgewählt haben und hier muss was drin stehen. Dann haben wir hier noch die Datei Umbenennung. Das kennt ihr schon aus dem normalen Import-Dialog, genauso wie hier die Entwicklungseinstellungen, Metadaten, Stichwörter und Erstvorschau-Auswahl. Da könnt ihr hier auswählen, was gerendert werden soll, sobald es importiert wird. Und wie ihr das hier schon in den Tags und an meinem Ordner seht, ich benutze das für die Scans von meinen Instax-Bildern. Das heißt, immer wenn ich ein Bild einscanne und das in den Ordner landet dann vom Scanner, dann wird das sofort in Lightroom importiert. Und das möchte ich euch jetzt einmal zeigen. Ich bestätige hier nochmal und klicke auf OK. Und öffne mal eben meine Scan-App. Und dann muss ich natürlich das Flachbett auswählen. Und ihr seht schon, ich habe hier zwei Bilder von meinem Shooting mit Evelyn. Die will ich noch eben schnell aus. Und dann muss ich hier nur noch den Ordner Instax auswählen. Da müsst ihr dann halt euren Ordner auswählen und hier einen Namen festlegen. Und natürlich noch das richtige Dateiformat und die richtige Auflösung. So, dann scanne ich jetzt. Und dann landen die Dateien automatisch in dem Ordner. Und wir schauen gleich mal, ob Lightroom die auch automatisch importiert. Und wie ihr sehen könnt, hat Lightroom schon den ersten Scan hier importiert. Und während der zweite Scan jetzt hier noch weiterläuft, gucken wir uns das Ganze mal an. Ob die Stichwörter alle hinzugefügt wurden. Das sieht gut aus. Der Dateiname, ich drücke auf die Taste I. Der passt auch. Wunderbar. Ja, das war es schon. Ich hoffe, du sparst jetzt beim Importieren eine ganze Menge Zeit. Und wenn dir das Video gefallen hat und du davon Nutzen hast, dann würde ich mich freuen, wenn du dem Video einen Daumen nach oben gibst. Und wenn du noch mehr solcher Videos sehen möchtest, abonniere doch einfach den Kanal. Folg mir auf Instagram, auf Facebook und check auch mal meinen Blog aus. Da habe ich ganz viele Textartikel auch noch. Und ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen. Bis dann. Bis dann. Bis dann.